call of duty infinite warfare ab dem 14 oktober um 19 uhr wird es freigeschaltet und hiermit begrüße ich euch bei einer kleinen verlosung ihr müsst eigentlich nicht viel tun es geht um die beta also infinite warfare beta fängt ab dem 14 an ja ich weiß wir haben heute schon den 14 ich habe auch erst jetzt gerade erst von einer halben stunde reinbekommen und ich möchte euch anbieten ich habe fünf beta keys zum angebot für euch die ersten die sich melden kriegen es natürlich also ich werde ungefähr um 12 uhr und um 1 ungefähr wieder online kommen wer gerne ein beta key haben möchte zu der beta die um 19 uhr heute startet den 14 10 2016 schreibt mich dann einfach an und ihr werdet dann die ersten fünf die mich anschreiben kriegen den beta key kostenlos einfach drüber geschickt und ihr könnt es einfach kostenlärter laden und die beta ein wochen wochen entlang durch zocken bis zum geht nicht mehr und selber reinschauen was tun müsst ist einfach mich anschreiben per christian angel auf der ps4 oder ja wie machen wir das am besten schreibt mich einfach an der ps4 an genau an der ps4 mich anschreiben mit dem namen christian angel und die ersten fünf die von den ersten fünf die nachrichten erhalten habt die den beta key haben möchten schreibt einfach in die nachricht beta key bitte oder beta key halt also wie gesagt call of duty cod beta key einfach diesen wort reinschreiben und dann wenn ich dann online kommen kriegt ihr die dazu geschickt und ab 19 uhr könnt ihr dann kräftig dann zocken kommt hat auch für internet leitung darauf an wie schnell ihr das runter land dort andere möglichkeit habe ich jetzt gerade leider nicht euch die zu geben ich habe ein paar andere schon gefragt aber die haben alle keine interesse also dann gut wie gesagt mich anschreiben und dann kriegt ihr die per nachricht wenn ich dann wieder online bin auf jeden fall zugeschickt würde ich dann ja dann würde ich viel glück dass sie die ersten seit für diejenigen die die nach den fünf nachrichten leider mich auch noch anschreiben sollen werde ich auf jeden fall mich melden dass sie dann leider schon vergeben sind seid mir dann nicht böse wie gesagt ich habe leider nur fünf stück und wie ja 19 uhr ist ja bald in dem sinne sage ich mal so wir haben erst ein uhr ne aber wie gesagt wenn ihr das video sehen solltet 19 uhr ist ja nicht mehr lang und für diejenigen die es später haben bekommen die er zu spät das video sehen kann ich leider auch nichts dafür in dem sinne halt ne ja ok also ich habe nichts mehr zu sagen wie gesagt fünf beta keys habe ich zur verfügung schreibt mich auf der ps4 an und die ersten fünf kriegen es auf jeden fall dann viel glück und bis zum nächsten mal christian ja 3000 viel spaß beim beim gewinnen also ciao